Es ist wieder Freitag und das heißt Unboxing Time Unboxing Time Leute, Unboxing Time Und heute haben wir ein Paket von Major Was funktioniert noch alles? Major Fish, warte ich gucke halt ob noch alles funktioniert Ja müsste eigentlich alles gehen Major Fish Leute Wir hatten erst letztens die News Das Major Fish die Routen von Maximus aufnimmt Und dort drüber vertreibt Also falls ihr Bock habt auf Maximus Routen Auf jeden Fall Major Fish auschecken Also hatten wir stark in den News Und Major Fish hat mir ein Paket zu kommen lassen Und ich bin sehr sehr gespannt was drin ist Hier ist schon so eine kleine Info Ich stehe drauf Ihr könnt das sehen Inlines Spoons Vielleicht ist ein ganzes Paket nur voller Spoons Aber die denken ich bin der absolute Vor allem Noob Das kann ja gut sein Das kann ja gut sein Danke nochmal Sven für das Cuttermesser Sag ich jetzt immer wieder Gibt einen Insider Ich finde Dass die Freitagsvideos echt so eine eigene Fanbase haben oder? Haben echt so eine eigene Fanbase Finde ich immer sehr sehr interessant Also Sven Irgendwann schneide ich mir damit nochmal den Finger Ich sehe es schon kommen Ich mache natürlich jetzt Filesstrom auf Aber extra damit ich meine Adresse nicht leake Und ich das Paket hier Vor meinen Augen Ah vielleicht doch richtig Ist das eine Box drin? Hier sieht man Hier übrigens die Von Custom Fishing Scales Leute Auschecken So wir machen auf Oh wow Jetzt sagen wir nicht Da sind Boxen drin Und wir können Ein Major Fish Special Unboxing Mit Boxen machen Barge Tactical Box 35-teiliges Set Hier wird schon alles gespoilert Ich lese es einfach hier Die Barge Tactical Box Perfekt für alle Die direkt loslegen wollen Im Set ist ein V-Tail Ein Actorset Und ein Twister Ey verratet doch nicht alles Passend zu den Gümmern Erhält das Set Nein ey Ich will das gar nicht lesen Neben einer Packung Nein Die Barge Tactical Box Ist perfekt für Einsteiger Und Fortgeschrittene geeignet Da das Set Farblich und hinsichtlich Aller Komponenten Abgestimmt ist Und somit einen Sofortentstieg ermöglicht Die Jickriff für Snaps Und das Dropshakel Machen die Box Ready to Fish Einfach Rute schnappen Ab ans Wasser Wir mischen natürlich Farben und Gerade Schockfarben Auch gut geeignet Als Geschenk für Angler Jetzt losstarten Mit der Tactical Box Barge Für maximalen Erfolg Am Wasser Leute Hier steht schon alles Was drin Na Hier steht schon alles Was drin Das Flur Da gibt es extra Da gibt es extra Videos für Ich sag euch Das wird ein Major Fish Special Major Fish Special Wie wir auch Das Zek Special gemacht haben Wo Zek Mir die drei Boxen geschickt hat Weil jetzt Kommt ihr noch die Zander Box Jetzt losstarten Mit der Zander Box Oh die ist auch schwer Die ist auch schwer Major Fish 36 Teile Ein Teil mehr Und hier noch was drin Nicht dass ich irgendwas verpasse So Leute Da bin ich wieder Kindheit gerufen Kinder gerufen Was müssen wir machen Da muss man hin Da muss man hin Also in dieser Box Leute Bin nix liegen Einmal die Zander Box Und Die Barsch Box Leute Stark Und dafür Werden wir jeweils Zwei extra Videos Zwei extra Videos machen Zwei extra Videos Ich denke die werden dann Alles an diesem Tag kommen Alles an diesem Tag kommen Checkt ihr aus Major Fish Marathon Neh ich das Ganze Wie ich den Zek Marathon Und das ist der Major Fish Marathon Mit der Barsch Taktik Box Als auch mit der Zander Taktik Box Also In dem Sinne Auschecken Leute Falls ihr Wasser seid Ein dickes dickes Petri Und denkt immer dran Bleibt gesund Abonniert Auschenbes Auschecken Ausch Aus 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 Bis zum nächsten Mal.